Lutz, du hast nur ein Hemd mit Du-Nachst. Nichts mit der Farbe. Ich sammle die mal alle wieder ein. Die sind auch immer gelandet, das kriegen wir hin. Die sind auch immer gelandet, das sind auch immer gelandet, das sind auch immer gelandet. Die tragen Zeit, die aus Dünge, lasst sie tiefen. Die tragen Zeit, die aus Dünge, lasst sie tiefen. Das will ich nicht, aber... Das ist eine große Herausforderung. Doch alles in der Still und wie es sich in Verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und Maßen wollen unser Volk verarschen und der Verfassungsschutz tut Leute, die den Hitlergruß zeigen, frei gewinnen. Es ist sehr wichtig, dass Tommy Robinson hier ein Gespräch haben. Das ist ja toll, richtig scheiße. Wir prüfen jetzt schon hin, dass wir jetzt auch von St. Leiflein gehört einem Poker. Die haben ja GEMO-Gedness auf dem Markt. Möchtet ihr auf dem Volk umhalten? Die haben ja auch von St. Leiflein gehört, dass sie sich in den letzten Jahrhundert und in den letzten Jahrhundert und in den letzten Jahrhundert und in den letzten Jahrhundert. Ich hab jetzt... Mach mal ein Blut, was hier von der Seite ist. Ich muss immer sagen, dass die Kämpfe zu kommen ist. Ich muss immer sagen, dass die Kämpfe zu kommen ist. Ich muss immer sagen, dass die Kämpfe zu kommen ist. ... Ababawe seitlich nachdem gibt es nicht zu spüren. Es ist so. Und ich begrüße an verschiedenen Livestreamen ziplinierter Arbeitskraft die Leistungsoptimierung einer Aussage mir gegenüber, damit, er hat ja diesen Preis bekommen, wir waren ja bei der KOMPA. Den Namen missbrauchen die Ida für wirklich Propaganda, die keiner hören will. Deswegen bin ich jetzt auf die Bühne. 14 Prozent drittstärkste Kraft geworden sind. Glückwunsch, Applaus für Land. Wir haben da den größten Polizeieinsatz in der Geschichte dabei, die IDL und wir standen Buh und Werbung. Sie haben Angst vor uns, Freunde, vor unserer Kraft, vor unserer Energie. 今日 patriots der Czech Republik. Lilly sind gia bekleidete Ankündigung jников. wollen wir bitten, wenn Sitzschützleri Schuldive hat? weil ja nicht noch jemand zum Boden zu erzählen tun. Sitzschlands. пу' ich bene? Goldstein! Es ist nicht möglich, es zu stoppen, aber das ist ein leckeres Wettbewerb, das passiert praktisch jeden Tag. Wer ist denn bereit? Wer ist denn bereit? Wer ist denn bereit? Davon verdienen wir nicht einmal Ihr eigenes Geld. Die geht jetzt nicht nachvoll. Wir müssen euch eins verarbeiten. Bei denen, die jetzt schon im Parlament sitzen, der Weg ist einfach noch lang. Wie viele einwandliebende Menschenbilder, die GIDA verboten würde, die GIDA würde weiterleben, denn die Idee... ...zusammen mit Sigge ich jemanden mit sich hoch holen kann, der genau diese sein... Ach, sieh... Dank, Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns. ...die GIDA, die GIDA ist, die GIDA, die GIDA ist, die GIDA. ...die GIDA ist auf die Welt gebuchtet und... Wir haben einen Zweifel, in der frühter Bewegung erneuern sollen. Wir alle kennen uns, diese Zweifel, die wir in Deutschland kennenlernen müssen. Wir wünschen! Die sich nicht durch falschen Paralyzen in Italien, in Österreich! Als der Führer begann, schaute ich über den Kanal nach Europa, aber zu meinem Erstaunen habe ich keine gesehen. Die Rundmose, die Staten von Merkel, die die Zukunft der Generationen verbreiten. Das wäre ein Bedrohung und ein schreckliches Kost. Die Vergangenheit, Generationen von Deutschen bezahlen mussten. Obwohl Kanzlerin Merkel immer noch an der Macht ist und ihren Titel zu Beizung gegeben, sehen wir alle, dass der wiamische Scharia beleidene Zukunft nicht um... Merkel muss weg! 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 Hungary in der Czech Republik, Italien. Ich sehe jetzt, dass die Karte auf den Karten ist. Das steht auf dem Programm. Ich fordere euch auch, keinen Platz zu lassen. Wir Nicht-Muslime sind an zweiter Stelle. Soziale Berechtigkeit zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Es ist eine Sensation. Und wenn wir einmal hier alle hier oben haben... Jetzt brauchen wir noch voll sperrhafter oder Teil hier herkommen. Ihr wisst selber, von Krag, ich bin's heute früh gefahren, vorhin angefangen, dann merke ich ihren Blumenstrauß. Mit großem Rücken, die da ist sicherlich, dass sie küssen. Das ist... Also das mit den Lämpchen abends, was wir da einmal gemacht haben, das sieht ja schon richtig fantastisch aus. Brauchen wir das Funk-Mikro hinten? Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Da nach Last und... Kranjus! Bellepart! Einladungen auszusprechen, denke ich. Du hast ja hier wieder eine Liste. Wir haben am 3. November 2018 um 15 Uhr auf dem... Wir wollen, wie in Zukunft, in unserem Land leben, eine Demo. Wir unterstützen das. All wem ich die Hand gebe, der ist Bogen aufgemacht. Das ist auch ein bisschen. Gut, das ist ja schon mal gut so, oder? Ja, ja. Alles proberatlich ist da. Alles proberatlich ist da. Alles proberatlich ist da. Alles proberatlich ist da. All P언en! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die sind hier ein bisschen am Rundschreien und die Köln sind dafür. Alles. Wir sagen, wir sind ein bisschen am Rundschreien. Wir müssen sparen für uns auf den Kanabens. Wir sind hier und ich höre laut, dass ich mich jetzt überzeugen. Super, wir machen alles falsch. Wer Antisemiten, wer Antisemiten? Der Luftballon warst. 1, 2, 1, 2, 1.